Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Imperium Galactic Survival. Es ist wieder Zeit für Sachen machen und Minyas. Sachen machen und Minyas. A.K.A. Das ist die neue Serie. S.K.A.K.A. Ja, ich habe mich in das Promethium-Erzlager bis zum Boden durchgebuddelt. Verbissen? Das Ding hat irgendwie um 90%, ich habe es auf 78% runter. Und ich habe gesammelt, äh, 1.121. Promethium? Mhm. Zwischenapplaus. Nice. Nichts kann, Promethium sammeln geht. So, Treibladung habe ich mich hier so 64 jetzt kaum noch rausgeschafft. Aus dem Loch. Ja. Okay. Sagen wir mal, wie viel Munition ist denn da eigentlich noch in dem Vieh? Ein 4x80 Schuss, 2x4, ich weiß nicht, ob die noch dazu zählen, aber dann hätten wir rein theoretisch. Ja, 88. Achso. Schwierig. Gut. Oh, die sind ja nur noch. Achso, die Lichter heikert bauen. Ich zeige mal kurz dem gemeinen Zuschauer, nachdem ich das Texturierungs- und Lieblingsgerät, wo ist es denn? Ich bin auch sehr gespannt, ich war jetzt die ganze Nacht hier am ablagern, äh, abbauen, du weißt, was ich meine. Du warst am ablagern. Sehr gespannt, was du gebaut hast. Am ablagern. Genau. Klingt schwierig. So, dann kommt hier ein Texturierungsgerät. Nee. Lackier-Posole. Weiß. Naja, was hat ich gebaut? Ich habe hier so einen schönen Übergang gebaut. Und bis jetzt eine Riesenplattform, wo ich mir einfach vorstelle. Oh. Ist das denn ernst jetzt? Echt? Habe ich? Nein. Hör auf, ich habe nichts getroffen. Ich habe absichtlich ins Wasser geschossen. Ich habe absichtlich ins Wasser geschossen. Du hast aber, das hat sich aber so explodierend angehört. Na, ich habe keine Ahnung, das sind die Raketen. Wahrscheinlich aufschlagen. Super. Alles Hitpoints. Okay. Ja, das muss natürlich noch viel größer werden, ähm, aber bisher, äh, jetzt, bald werden mir die Blöcke fehlen. Deswegen haben wir jetzt, äh, uns im Duo dazu entschieden, die nächste Base zu raiden. Bitte. Geh mal in das Raumschiff. Ja. Hörst du jetzt nichts, oder? Außer das Meeresrauschen. Ich geh jetzt nichts, außer das Meeresrauschen. Geh mal ins Raumschiff, ins Cockpit, schalte den Strom an und sag, was du hörst. Nix. Und das Raumschiff, warum? Hast du die Musik ganz runtergedreht? Ach, das kann sein, ja. Weil normalerweise geht nämlich die Musik so leise an. Options. Um den epischen Flug zu unterstützen. Ach so. Guck mal hier mit Beleuchtung unter, äh, da. Wann her? Hä, wieso guckt denn die Glasplatte? Was? Wieso hast du das denn so tief gemacht, wenn die Glasplatte rausguckt? Ähm, das hat ja mit den Blöcken zu tun. Müsste die Glasplatte nicht innen sitzen, wenn du den Block genutzt hättest, der darunter noch frei ist? Das ist wahr, ja. Warum ist denn die so? Ach so, nee, weißt du, warum die so ist? Ja, was? Die ist so, weil die sonst dunkel ist. Hm. Keine Transparenten? Nee. Kann nicht sein. Transparentoren. Ich denke, dass du das umdrehen kannst, aber ist egal. So, dann machen wir hier. Kann das umdrehen, das ist richtig. Soll ich große Treibstoffdinger draus machen? Ja, genau. Was ist mit den Kraftstoffzellen abräumen? Wasserstoffflaschen, okay, alles klar. Welche Kraftstoffzellen? Ist egal. Die H2OCO2? Ja, genau. Schotter brauchen wir maximal in der Küche, aber ich glaube, da brauchen wir Gesteinsmehl. Egal, kommt da trotzdem rein. Wieso habe ich eigentlich noch 42 Computer dabei? Jetzt verstehe ich gar nicht. Habe ich die die ganze Zeit? Vergessen. So, ich habe jetzt die Sniper dabei mit 122 Schuss. Ist da noch mehr draus geworden? Ach. Die Bait ist leer. Stehe. Stehe. Ne? Wollte ich auch füllen oder hast du? Ne, Heike. Jetzt zieht es weiter. Raus? Ah, jetzt an. Okay, alles klar. Ist auch relativ hell hier. Ja. Ja. Alles an Schuss? Hast du die abgebrochen? Ne, was? Welches Schuss? Okay, ist egal. Vergiss es. Ähm, Sauerstoff aufzuhören. Kriege ich am besten. Warum fehlen denn auf einmal die Fraps hier? Ich habe 10 Fails. 10? 10, ja. Äh, ich glaube 50. Knappe, knappe 50. Überhützt mein Rechner oder was? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Verstehe ich nicht. Hätte nur eine Karte. 24 sind jetzt aber trotzdem sehr wenig. Komisch. Haben denn die Algen noch irgendwas? Ach, guck mal, die gebackenen Meeresalgen, die sind auch gegen vergiftetes Essen. Hm. Das sind ja scheiß Lampen. Innenbeleuchtung. Die nur an der Seite, oder? Und die? Was, wo bist du ein bisschen im Gang? Ja. Ich würde gerne was an die Decke hängen, aber aktuell gestaltet sich das noch als schwierig. Kannst du mal probieren. Vielleicht bin ich das zu doof. Die hier. Ne, glaube ich nicht. Oder die hier. Hier an die Decke zu hängen. Eigentlich will ich eins in die Mitte hier haben. Sozusagen. Oder vielleicht sogar zwei. Einen in denen und einen in den nächsten. Ähm, na da. Hä? Wie, das kannst du nicht drehen anscheinend? Ne, es ist so, ja? Nicht in mir jetzt. Ich will jetzt nochmal die andere. Wovon stellen? Hä? Ich muss auch noch drehen können. Oh. Ne, geht nicht. Jetzt sind die Scheiben runtergefallen, oder was? Ja. Ja. Echt jetzt? Ja. Hier wollen wir doch verscheißern. So, Licht ist dran. Funktioniert. Ja, zack. Okay, gut. Das hat nur ein bisschen einöde da hinten. So, ich mach mein Inventar leer. Sauerstoff schnabolieren. Was ist denn da denn? Ja, hab ich auch gerade gemacht. Was mit Essen noch? Äh, die Lampen mach ich jetzt hier in einen Constructor. Äh, ist im Kühlschrank. Beziehungsweise in den Algen müssten da drin sein. Bauteile mal jetzt so. Warum ist das ein Geruckel bei mir? Das sind ja 16 FPS. Hä? Machen wir die Base aus? Mal gucken. Ja. Jetzt hab ich 45. 47, 48, 50. Licht an. Genauso viel. 29, jetzt geht er bei mir wieder hoch. 29, 30. Immer hier, wenn ich die Richtung guck. Hier in die Ecke. Hä? Base aus. Das macht keinen Unterschied. Das ist nicht die Base. Das ist auch nicht das Licht. Irgendwie, wenn ich hier hinschucke, in die Ecke. Vielleicht greift uns demnächst was an. Tja, was Großes. Was? Ein Capital Vessel aus dem Weltraum. Durchbricht mit so Wolken und ja, ich weiß schon. Oh, geil. Ja. Independence Day. Genau. So, ich weiß jetzt, wer angreift. Na? Ah ja. Weißt du hier. Wir bauen noch, hast du noch Ablauladung für die Multi? Shit, das sehe ich nicht, oder? Hier ist noch Prometrium. Nee, überhaupt nichts mehr. Hast du recht? Hast du? Hast du welche angesetzt? Nee. Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Mach noch mal 10. Dann müsstest du eine kleine Ladung machen. Nee, habe ich. Da habe ich noch 10 Stück hier in eben von dem Constructor Toren. Constructor Toren noch drinnen. Das ist komisch. Gucke ich in die Richtung, 60 FPS. Gucke ich in die Richtung, wie ich eben in der Base geguckt habe, 18 FPS. Das ist irgendwas. Keine Ahnung. Ruggeli, ruggeli. Gucke ich nach rechts, habe ich wieder 50. Eben nur in diese Richtung. Sind da. Was ist denn in dieser Richtung? Eine Base ist in der Richtung. Das ist die Abandoned Factory. Ist da. Das kann nicht der Grund sein. Warum werden wir eigentlich zum Arschteufel nochmal nicht mehr angegriffen? Das ist doch Dreck. Jetzt sind wir hier im Wellnessparadies. Weißt du, als Meeresrauschen und stehe hier auf so einer Außenplattform vom Sonnendeck. Tja, es ist schade, ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da Probleme hätten, sag ich jetzt mal. Flackgeschoss. Wo bist du denn nun? Ich bin, ähm... Ja, innen drinnen. Und habe gleich die Constructoren fertig. Und habe die Miereseigenheit neu gefunden. Müsst du durch so weit außen außen machen. Soll ich nochmal den Motor ausmachen? Oder? Man muss ja auch ein bisschen Spritverbrauch, ne? Achso, ja. Das ist halt nicht so leicht halt manchmal, ne? Dauert halt auch alles im Moment manchmal, ne? Na? Ich habe hier noch die 7, äh... 12,7627 Achtel. Ja. Hast du hier so ein Konstrukt daraus, oder? Genau. Wo hast du denn? Alter, wo ballert denn der hin? Guck mal! Was denn? Der Flackgeschoss. Du musst umstellen, gell? Feinde deaktivieren unseren Kram. Ach, ist doch geil, ne. Hat er alle 20 Schuss halt schon leer gemacht. Und wann, was ist mit dir los, Herr Kläder? Erkläre es mir. Wie ging das? Hast du die Munition dabei? Ja, rein. P und dann das Flackgeschoss anwählen und dann kannst du da... Predator sind die, die fiesen. Und Alien nicht. Und wat war... Und wat war... Er hat auf jeden Fall schon mal aufgehört. Jetzt fängt er wieder an. Ja, bei mir schießt er nicht. Ne, er schießt ja auch nicht. Er macht nur dieses Geräusch. Beziehungsweise die Munitionskiste macht das Geräusch. Hast du nur Munition für mich? Hast du was jetzt... Boah, 15 FPS. Was ist denn? Warum macht das Spiel so Sachen? 435 Schuss. Ja, da kann ich was mit anfangen. Also wie... Boah, wie soll ich denn da ballern? Na gut, egal. Ja, vielleicht ist da anders. Lass mal gucken. Du willst mich nur noch deinem Ebenbild erschaffen. Was? Rein. Fahr. Tchum, tchum, tchum. Macht er bei mir. Tchum, tchum. Jetzt holt uns dieses Flak runter, weil es irgendwie verwirrt ist. Ja. Alien? Ihr seid doch Pirates. Richtig stimmt, zeig ich jetzt mal. Ich glaube auch, ne? Ja. Müssen wir eigentlich direkt drauf... Oh ja, da ist es. Jetzt ist die Frage. Capital Vessel lieber stehen lassen, oder? Ja. Du siehst doch gleich... Eigentlich Capital Vessel, also das Vessel stehen lassen. Ja. Vielleicht links da. Siehst du links diese Monolithen da? Jo. Und da drunter ist... Das ist da so ein... Ja, am See da. Am See. Oder vielleicht sogar in dem Canyon da ein bisschen näher ranfliegen. Du weißt nicht. Vielleicht... Im Moment habe ich noch keine Entfernungsanzeige. Ich gucke noch nicht. Jetzt. 4 Meter. 4, 5 Meter. Das schaffe ich. Also rein theoretisch. 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 Ähm. Sind die Felsen schutzendern? Du könntest da jetzt auch... Wir haben ja... Hört. Du meinst jetzt aus der Entfernung? Ja, probier mal mit der... Siehst du, wo was ist? Ist oben rechts, oder? Ist da was? Da. Warte mal. Ich probier mal. Kann ich nicht sehen. Kann ich auch nicht sehen. Gehobblich ein Schuss? Tja. Okay. Kann sein, dass hier ja nicht ankommt. Bevor sie uns das Ding her... Ja, ja. Ist gut hier. Weiter vor. Hier ist Wasser. Ach so. Das hält aber nicht. War gar kein Wasser. Oh, das sieht doch geil aus. Du, 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 du. Au, ah. Ach Gott. Hör mal. Okay, gelandet. Gut. Ich bin wo ein drastrechtes Ding. Hocke-Drohne. Wo bist denn du? Ich bin links von dir. Probier ich mal. Mal gucken, wie weit ich treffe. Kobalt-Erstlage. Okay. Schön. Was passiert? Nee, gar nichts. So, dreieinhalb Meter. Da oben drauf sitzt er, ja. Ich sehe. Guck mal bitte, ob ich treffe. Wie soll ich das sehen jetzt? Ja, du triffst. Sieg da ran. Wow, wieso schießt der auf mich? Und der hat dich, oder? Ja. Mäuschen. Will er wieder mich? Oh, jetzt trifft er mich. Alles gut. Oh, der trifft aber weit. Oh, der trifft aber weit. Also ich beruhige. Jetzt bringt er seine Drohnen. Nee, bei mir fliegt die weg. 379 Meter, 375 Meter. Ich fliege vor zum ersten Rock da. Vielleicht schießt er dagegen. Hä? Der schießt durch den Rock durch, oder was? Bin ich dein Ernst jetzt? Oh, jetzt. Dann hat er mich hier. Puh. Alter, der ballert ja richtig. Schießt er durch den Felsen? Gefühlt, ja. Also, gefühlt. Ich habe bis jetzt keinen Schaden weiter abgekriegt. Ich habe zwischendurch welchen abgekriegt. Als wenn er irgendwie so extra seinen Splash-Damage berechnet. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt getroffen habe, oder nicht. Weiß nicht, ob ich den... Es kommt nämlich die eine Drohne. Hallo? Der Felsen ist weg. Na, nice. Okay, den habe ich. Die Drohne habe ich. Fahre, ne. Pflicht auch ins... ins Nichts, ne? Wieder voll... voll getroffen. Truppentransporter? Triffst du dein Ding eigentlich irgendwie? Ne, ich meine nicht. Aber der Truppentransporter kommt, das finde ich viel bedenklicher. Ja. Landet er bei mir, oder was? Sieht ein bisschen aus wie... in der Nähe von mir. Oh nein. Der ist jetzt nicht runter. Oh doch, direkt sogar. Ist er bei dir? Jo. Hat gelandet. Hat aber... Blindgänger. Oh nein. Nein, nein, nein. Okay, hm. Oh, da hat er aber... Hat er dich getroffen? Was ist tot? Fully, full drauf, ey. Im Glück bin ich im Felsen. Ich glaube, da habe ich eine Chance. Der Felsen macht er weg, ey. Zeig dir. Shit, ey. 299 Meter. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt treffe oder nicht. Kurz gucken. Wir schießen im Engländer. Das schießen wir kühn. So, ich bin wieder mal an meinem Zeug dran. Oha. Achso, das war mein eigener. Ja, ich würde sagen ranrennen, oder? Oder meins geht schief. Ah, shit. Tja, der ist halt echt schnell. Wir müssen uns teilen. Und einer von uns wählen wird überleben. Können wir den Rumpnatspot abwarten? Schade, ich bin schon unterwegs. Ja, mach. Ich gehe halt einmal rum irgendwie. Und hoffe, dass er nicht noch ein Zweter ist irgendwie. Ich will da nämlich jetzt die Pistole in die Hand und flitze, oder? Er kommt nämlich jetzt. Yolo. In Bewegung bleiben, Minnias. Gesundheit sehr niedrig. Das haben sie nämlich gefixt durch die Felsenschießen, habe ich gelesen. Ja. Oh, ich schieße dran vorbei, ey. Oder wann? Also, wenn ich den jetzt treffe, müsste ich nicht treffen. Ich hoffe nur, dass er mich halt nicht wegmacht. Nein! Was, da hatte ich schon wieder? Wie, schon wieder? Das erste Mal. Oh, mich hat er eben geöffnet. Ja, mich hat er. Ich wollte gerade ein Minikit nehmen. Die Sonne steht auch noch so beim Blenden. Aktueller Standort. Der da ist... Oh, direkt daneben. Oder was? Da ist ja noch so ein anderer Teil. Leck mich denn mal. Kannst du den mal ablenken? Bitte. Also, ich bin halt so, wenn wir auf der Basis gucken... Achso, bist du... Kann doch nicht sein. Ich bin 150 Meter entfernt. Sag mal, wie beschissen sind denn die Waffen von der Reichweite? Ah, schön. Das ist zwar noch ein anderer, aber der kann mich gerade nicht sehen. Hast du den jetzt gerade weggeholt, ja? Ja. Okay. Kann man sicherlich ein paar Mal getroffen. Ich muss gerade Screenshots machen. Das sieht so geil aus, gerade mit der Sonne. Das ist echt tropische Verhältnisse. So, jetzt kann ich wieder angreifen. Das Problem ist jetzt... Jetzt steht die Sonne so tief, dass ich nichts sehe. Da ist auf der... Von dir aus gesehen... Bist du das da? Wo ist Minias? Ich sehe nichts. Aber wir müssen jetzt einfach warten, bis die Sonne ein bisschen runtergegangen ist. Die müsste gleich dahinter verschwinden. Da ist nur noch ein Geschütz oben doch auf dem Dach. Ah, jetzt. Ich sehe es, ja. Nicht. Da jetzt. Ich sehe es. Kriegst du die Shit? Ich hoffe. Das Ding braucht immer ewig zum Nachladen. Hallo, Jungs. Ah. Jetzt ist es auch. Weißt du was? Ich gehe jetzt da ran, oder? Ist weg. Ist weg. Klappt. Klappt. Alles klar. Oh je. Was denn? Was war denn das? Ähm, nein. Hier sind noch... Hier sind so eine Roboterviecher. Wie sieht sich an. Wie willst du da hochkommen? Sind die im Außenbereich? Ne, im Außenbereich ist nichts. Ja, ja. Oh, da oben. Oh, der sieht mich. Wieso, Freunde? Komm, wo? Ach, der Tisch jetzt. Klassische Auseinandergenommen-Basis. Ein Tod geht immer. Ist ja noch was? Ne. Aber unbedingt ein Medi-Kit. Hab ich. Ähm, F-Fall. Genau. Oh, schön. Wie sieht es aus? Brauchst du ein Medi-Kit? Ich habe noch sechs Stück. Ne, wir finden bestimmt die gleiche irgendwas. Ich würde jetzt einmal noch einen Moment warten. Alter, die Roboter sind voll mit Stoff. Ich würde sagen... Nein, echt jetzt? Du bist ein Arsch. Niemand mag Minyas. Ja, tu es. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Imperium Charactersurvival wieder. Wenn wir den Rest der Basis raiden, die bestimmt nur ganz klein ist. Aber wir wollen ja... Oh, die knurren. Das ist ein Verdauungsproblem, so klingt das. Ja, die haben ein leichtes Gogel-Überdürfnis. Ja. Ihr Lieben, das war die letzte Aufnahme für heute. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Imperium wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet. Und Tudor und Wolfs. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke für die Schleichwerbung.